Die Rückfahrt der beiden V60 der VEB zurück nach Gerolstein für die nächste Überführungsfahrt. Dort waren wohl ein paar Äste im Weg. Die Rückfahrt der Rückfahrt. Norddeutscher Rundfunk 2021 Nach der Frühstückspause in Ulmen geht es jetzt weiter Richtung Gau. Norddeutscher Rundfunk 2021 Auffällig war heute an keinem einzigen Bahnübergang wurde gehupt. Und das war so. Und tschüss.